Jetzt müsste ich erstmal zum Turm direkt hinkommen, um da das Ding hacken zu können. Oh, natürlich ist ja jetzt ein Pfeil von mir. Ich steck mit dem, okay. Okay, jetzt sind Verteidiger. Normale Pfeile. Oh, sogar drüber ist er. Gut, kein Problem. Alles klar. So, ganz wichtig, das hacken, bevor meine Energie hinüber ist. Ich spiele hier auch. Wo ist übrigens mein Pfeil, den ich dem verpasst habe? Ach doch, da oben ist mein Pfeil. Wunderbar. Wunderbar. Brauche ich ihn natürlich. Das brauche ich natürlich spezial. Okay. Ist gut. Ähm. Anderes. Und. Wunderbar. Wunderbar. Was er da immer für Anfälle kriegt, wenn er da die Energie bekommt. Ich hätte mich erst gemeldet, wenn ich das Ding zerlegt hätte. Und dann gesagt, so, jetzt kannst du. Das war's. Ich glaube, wir haben in der Verteidigung der Staff einen schweren Schlag versetzt. Jetzt kommen wir an den Strahl ran. Sicher in der Anni-Zone. Ich komme runter. Ja. Das ist für Linkschaden. Schwert. Auch wenn ein Arschloch war. So. Und wie nennst du es? Zeigt euch ihr Mistkerle. Oder habt ihr Angst vor euren eigenen Geschützen? Hey, du bist ja so ein blöder Affe. Hallo. Hi. Okay. Ich lande auf dem Dach. Triebwerke lasse ich laufen, damit wir schnell weg können. Da ist er. Gut. Schön. Wunderbar. Wo will er hin? Wo will er hin? Da will er hin. Schon gut. Da ich das meiste ja schon erledigt habe. Wo denn? Da. Ist gut. Ah, schade. Ich kann die Energie nicht übertragen. Das war, ähm... Anschneiden! Ich hatte schon seit einer Weile was im Nacken. Das hört jetzt etwas... Hallo, Leute! Okay. Ich fliege zwischen die Häuser. Das dürfte sie aufhalten. Okay. Und das funktioniert? Keine Ahnung. Verdammt! Schütte ihn ab! Fliegt auf mein Manöver! Das musst du mir nicht sagen! Mein Urfußvater hat überlaufen auf die Fires geflogen. Ja, schön. Ich habe ihn errichtet, wunderbar. Ich glaube, hier an der Ecke habe ich zwei Stück ausgeschaltet. Das war ganz gut. Das hat uns jetzt verholfen. Hier noch einer. Schön stark machen, wie wir hier haben. Auf die Ausgleichheit mit denen habe ich jetzt nicht geschaut. Tja, ein bisschen vorhalten. Da ist noch einer. Tja, ein Feuerlots an die meiste Zeit. So lange gucken. Boah, in der Ernst? Ich darf mich da auch noch ein Sekunde draufhalten. Ich kann schon hier überhaupt noch was erkennen. Die so großen Antrittszeiten. Ich glaube, ich habe gerade zwei erwischt. Schließendlich. Fünf Minuten Dauerfeuer. Naja. Da. Was ich ja gemacht habe, habe ich ihn mal vor der Pannone gehabt. Die Spunnel Station geboren ist echt schwer. Ja. Da man ein Messer fliegen könnte. Den habe ich jetzt auch gesehen gehabt. Das war jetzt nicht. Okay, größere Pause. Oder nicht. Das ist ein Fasenland. Da ist einer. Da ist ein anderer. Ziemlich genauso. So. Höre Brände. Es sieht nicht gut aus. Die Kiste fällt gleich auseinander. Okay. Am Boden können wir nicht landen. Ich versuche irgendwie das Los-Headen-Gebäude zu erreichen. Von dort hast du einen tollen Blick auf den Strahl. Klingt das gut? Versuchen wir es. Gleich haben wir es. Komm schon. Komm schon. Ich glaube wir. Haben es geschafft. Gut. Profits, steig ein! Oh, das war's! Hast du das schon mal gesehen? Was ist das? Was ist der Teufel? Höchst mir's einfach! Oh, versuchen wir das gleich mal zu holen. Dann lass uns dann mal los, das. Am letzten Baller funktioniert! So. Ich hätte eine Idee. Ich habe noch die hier übrig. Vielleicht klappt das auch nicht ganz. So. So. Vielleicht mir was anders ausdenken. Ähm. Moment. So. Ein anderes Scout vielleicht da. Ansonsten denke ich doch mal... ... 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 Jetzt wissen wir auf jeden Fall worum es geht. Und die andere Waffe nehmen. Nein, ein anderes, ähm, ein anderes Skill. Hm. Schön einmal sauber machen. Okay, ich glaube, er hat einen Bomb gefällt. Machen wir es mal so. Na, noch nicht wieder. Ja. Ja. Schwimmen die auch noch. Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen auf Abstand bleiben. Ja. Oh ja. Genau. Halte ich mal auf eine statische Position, dann kann ich die... hoffentlich... ... 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 Irgendwohin gehen, wo ich nicht gerade... Oh, guck mal, da ist sogar noch ein... Ah, er versorgt mit Energie. Wie wäre es mit? Okay, die Granate hat mich selbst erwischt. Ähm... Eine Granate. Okay, das will er wohl nicht. So. Genau, ich stelle die mal wieder auf. Ja, 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 es ist immer noch ein freshes Scope dran. Hä? Das macht die Dinger ja schon wieder neu. Die sind halt kritisch. Hm. 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 Okay, ich habe auf jeden Fall gleich eine Idee. Leertaste, 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 Leertaste. Das sollte der erste gute Treffer gewesen sein. Ich habe meine Panzerung schon wieder vergessen. Mist. Ist nicht ganz so ohne. Das bisschen geht, ne? So, anderes Stop. Mal ganz in Ruhe. Sollte man zwischendurch mal machen. Okay. Ich habe neue Fücher. Erstens grobe, dann die Feinarbeit. Sollte man noch mal machen. Alles gut. Leertaste, 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 Leertaste. Okay. Er scheint immer noch einen zu haben. Okay. Jetzt ist er sauer. Was machen wir jetzt? Okay. Oh, jetzt schon wieder. Okay. Meine Marnition wird langsam ein bisschen. Ich glaube, die Treffen sind ein bisschen übler, als das, was er gerade hier an diesem Vorhaben hat. Achso. Achso. Ähm. So. Nach dem Zeitpunkt. Kann man da nichts mehr tun. Kann man da nichts mehr tun. Ist echt ein bisschen gefährlich. So. 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 So.